Darf eine Kommune von den Grundstückseigentümern Straßenbaubeiträge fordern? Darum geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt und in diesem Video geht es um die Frage, ob eine Kommune von den Grundstückseigentümern Straßenbaubeiträge fordern kann. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht im Juni 2018 eine Entscheidung getroffen. Grundlage war, dass der Eigentümer einer Eigentumswohnung in Hofheim am Taunus in Hessen zur Zahlung von 1700 Euro Vorausleistung in Anspruch genommen wurde. Der Eigentümer dieser Eigentumswohnung hat zugleich einen Miteigentumsanteil am Grundstück und dafür sollte er den Teil der Straßenbaubeiträge mitzahlen. Zunächst ging es um 1700 Euro, das waren ungefähr 50% des Gesamtbetrages, der 3400 Euro ausgemacht hätte. Und der Eigentümer sagte, naja, diese Straßensanierung, die ist aus Steuermitteln zu zahlen, weil es ist ein Unterschied zwischen einerseits Erschließungsbeiträgen, die bei der erstmaligen Erschließung des Grundstücksurzahlen sind, und andererseits den Straßenbaubeiträgen, die nur dann fällig werden, wenn die Straße zu sanieren ist. Die Straße in diesem Fall, der beim Bundesverwaltungsgericht lag, die war 50 Jahre alt und deshalb wollte die Stadt die dringend sanieren. Und da hat der Grundstückseigentümer weiterhin gemeint, naja, Moment einmal, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe einerseits Erschließungsbeiträge gezahlt und andererseits soll ich jetzt aber auch noch Straßenbaubeiträge zahlen. Das kann ja zu einer Art Erdrosselung führen. Vor allem, wenn es um ältere Leute geht, ältere Menschen, die vielleicht schon 60, 70, 80 sind und die jetzt so einen großen Batzen Geld zu zahlen haben, oder für Familien, die gerade ganz neu gebaut haben und die bei der Finanzierung schon an der Obergrenze angekommen sind. Und das war dem halt wichtig, dass er gesagt hat, da muss vom Gesetzgeber eine Grenze eingezogen werden im Kommunalabgabengesetz, das letztendlich den Beitrag begrenzt, damit das nicht zu einer übermäßigen Belastung der jeweiligen Grundstückseigentümer kommt. Und das hat das Bundesverwaltungsgericht anders gesehen. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, naja, durch die Straßensanierung haben die Grundstückseigentümer einen Sondervorteil. Sie können eine neue Straße viel besser nutzen und es kann auch zu einer Erhöhung des Wertes des Grundstücks führen. Deshalb ist dieser Sondervorteil wieder auszugleichen und dieser Ausgleich funktioniert über diese Straßenbaubeiträge. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass der jeweilige Grundstückseigentümer durch diese finanzielle Belastung irgendwie erdrosselt wird, weil insbesondere das Kommunalabgabengesetz in Hessen sieht relativ umfassende Stundungsmöglichkeiten vor. Also der Grundstückseigentümer kann sagen, ich habe das Geld jetzt aber momentan nicht, ich würde es gerne später zahlen oder ich würde es in Raten zahlen oder irgendwie. Und da sieht das Bundesverwaltungsgericht durchaus eine Verhältnismäßigkeit zu sagen, okay, wenn die Stundung da ist, kann es nicht zu einer Erdrosselung kommen. Es sei denn, du müsstest Grundstückseigentümer das Geld sofort zahlen. Wichtiger Aspekt dabei ist noch, diese Straßenbaubeiträge, die sind nicht bundesweit einheitlich. Es gibt Bundesländer, da müssen die Grundstückseigentümer die Straßenanlieger zahlen. Da gibt es Bundesländer, da müssen die das Netz zahlen, da wird es aus Steuermitteln finanziert, zum Beispiel in Bayern ist das so. Also das ist bundesweit nicht einheitlich. Also noch einmal zusammengefasst, das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Straßenbaubeiträge zulässig sind und dass es nicht zu einer Erdrosselung führt, weil das Gesetz regelmäßig Stundungsmöglichkeiten vorsieht. Schreibt mir unten rein in die Kommentare, wo wurdet ihr zu Beiträgen herangezogen, die die Kommune haben wollte? Wie habt ihr euch dagegen gewehrt? Oder habt ihr gesagt, okay, das zahle ich, das ist vollkommen in Ordnung? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps für andere, wie ihr euch gegen diese Beiträge gewehrt habt. Schreibt es unten rein, ich lasse mich überraschen. Schreibt es unten rein, ich lasse mich überraschen.